So, meine lieben Stadträte, liebe Gäste, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Zwickauer, ich sehe, dass jetzt alle, die gemeldet sind, anwesend sind. Somit eröffne ich die 14. Sitzung des Stadtrates der Stadt Zwickau am Donnerstag, den 17.12.2020. 16 Uhr in einem sehr schönen, aber ungewohnten Haus in der Neuen Welt. Ich möchte vielleicht ganz kurz auch erklären, warum wir trotzdem die Stadtratssitzung durchführen und unter welchen Umständen. Sicherlich wäre die Frage berechtigt gewesen, die Stadtratssitzung zu verschieben. Wir haben aber trotzdem die Aufgabe, Beschlüsse zu fassen, die für das weitere Geschehen in der Stadt Zwickau wichtig sind. Wir haben uns im Vorfeld bemüht, die Tagesordnung so weit wie möglich einzukürzen und uns heute auf die wesentlichen Punkte zu beschränken. Dafür danke ich allen Beteiligten für die Kooperation und bitte um Verständnis, dass wir in dieser Zeit trotzdem an der Durchführung dieses Gremiums in der Form festgehalten haben. Vielleicht zum Anfang ein wichtiger Hinweis. Die neue Allgemeinverfügung Corona-Schutz-Verordnung regelt das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung zu jeder Zeit dort, wo Begegnungsverkehr ist und auch während der Durchführung von Sitzungen lediglich beim Sprechen können Sie die Mund-Nase-Bedeckung herunternehmen. Ansonsten sollten Sie, müssen Sie die Mund-Nase-Bedeckung die ganze Zeit tragen. Ich würde gerne damit beginnen, dass ich die Frau Wöhl nach vorne bitte. Die hatte nämlich einen runden Geburtstag und auch Geburtstage sollte man in diesen Zeiten feiern und ehren. Und es war ein runder Geburtstag, aber war ein fieselter Geburtstag. Und es war ein runder Geburtstag, aber war ein fieselter Geburtstag, aber es war ein fieselter Geburtstag. Und es war ein fieselter Geburtstag, aber es war ein fieselter Geburtstag, aber es war ein fieselter Geburtstag. Ansonsten stelle ich die ordnungsgemäße Einladung zur heutigen Sitzung fest. Es sind 37 Stadträte erschienen, der Stadtrat ist damit beschlussfähig. Entschuldigt haben sich Irina Teicher, Dr. Michael Luther, Wolfgang Wezel, Dr. Carsten Schick, Friedrich Binder, Julia Drechsel, Michaela Brandl, Wolfram Keil, Christopher Hahn, Christopher Kühn, Martin Wied und Sven Itzeck. Ebenfalls entschuldigt sind die Ortsvorsteher Melanie Brindl, Michael Hillert und Eckart Hertel. Bevor wir in die Sitzung eintreten, möchte ich auf die üblichen Regeln zur Durchführung von Stadtratssitzungen hinweisen. Das heißt, Bild, Film, Video und Tonaufnahmen aller Art sind generell nicht gestattet, außer hier im hinteren Saalbereich, den ich der freien Presse für die Stadtratssitzung zugewiesen habe. Zweitens auch für das Konzert- und Ballhaus insgesamt gilt. Es dürfen keine lärmproduzierenden Gegenstände benutzt werden. Mit Ausnahme von einfachen optischen Sehhilfen wie zum Beispiel Brillen dürfen sonstige optische Sicht- und Vergrößerungsgeräte wie zum Beispiel Fernleser nicht benutzt werden. Transparente Plakate und Banner sind nicht erlaubt. Das Zeigen von politischen Aussagen, beispielsweise auf Kleidungsstücken, ist nicht gestattet. Flugblätter dürfen im Rathaus nicht verteilt und ausgelegt werden. Eine Störung der Sitzung, insbesondere Zwischenrufe, sind nicht gestattet. Drittens im Zuschauerbereich, das heißt auf der Galerie sind Handys und andere mobile Endgeräte auszuschalten. Diese Regelungen wurden aus gegebenen Anlass angeordnet. Sie dienen insbesondere dazu, den ordnungsgemäßen Sitzungsverlauf zu gewähren und für alle, die an dieser Sitzung teilnehmen, gerade auch für die Zuhörer ein Mindestmaß an Ordnung und Sicherheit herzustellen. Und dafür danke ich für Ihr Verständnis. Des Weiteren bitte ich Sie darauf zu achten, wenn Sie sich bewegen, halten Sie bitte die Abstände ein, beachten Sie die Hygienevorgaben und tragen Sie die Mund-Nase-Bedeckung während der Sitzung. Dann komme ich zu den allgemeinen Regularien. Für die Unterzeichnung der Niederschrift wurde ursprünglich Wolfram Keil vorgeschlagen, der ist nicht da. Dann wäre als nächstes Herr Jens Juraschka von der SPD-Grüne-Tierschutzpartei. Und als zweites, da bitte ich das Protokoll, mir den nächsten Namen zu nennen. Der Thomas Kutzki ist anwesend, erhebt sich dagegen Widerspruch, das sehe ich nicht. Somit bitte ich Herrn Juraschka und Herrn Kutzki, das Protokoll dann entgegenzunehmen. Dann weise ich auf das Mitwirkungsverbot gemäß des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung hin und bitte Sie anhand der Tagesordnung zu prüfen, ob bei Ihnen zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe vorliegen. Und in den Fällen, wo ein Stadtrat Befangenheit anzeigt, bitte ich Sie, dies im Vorfeld, bevor der Tagesordnungspunkt verhandelt wird, anzuzeigen und gegebenenfalls sich dann aus der Sitzung zu entfernen beziehungsweise in den Zuschauerbereich zu gehen. Die Niederschriften über die Sitzung vom 29.10. und den 17.11. haben wir Ihnen zur Kenntnis gegeben. Einwendungen liegen mir bisher nicht vor und somit stelle ich Angepasst, darüber habe ich Sie bereits in Kenntnis gesetzt und zu den Tagesordnungspunkten 4.3 und 5.1 hat sich der Finanzausschuss auf eine weitere Lesung geeinigt. Von der Tagesordnung gestrichen sind Punkt 4.2 und 4.3, die wurden vertagt. Genau, somit würde ich dann trotzdem immer vor Eintritt in den jeweiligen Punkt nochmal der Form halber den Punkt ansagen. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht, somit ist Zustimmung für die Tagesordnung. Dann können wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 2, der Einbringung des Doppelhaushaltes. Dazu wird Herr Lasch ganz kurz etwas vortragen. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Damen und Herren Stadträte, so wie der einzubringende Haushalt 2021-2022 unter dem Zeichen der anhaltenden Covid-19-Pandemie steht, möchte ich auch meine Ausführungen der aktuellen Lage anpassen und verweise deswegen für die Einbringung des Haushaltes auf die Unterlagen, die Sie im Ratsinformationssystem einsehen können. Das wäre zum einen der Entwurf des Haushaltsplanes 2021-2022, zum anderen die Präsentation jetzt zur Einbringung des Haushaltes und zum dritten die Rede, die ich hätte gehalten, aber jetzt aus Zeitgründen nicht halten werde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lasch. Es wird sich sicherlich in der Zukunft ausreichend Gelegenheit bieten, über die Haushaltssatzung zu diskutieren. Der nächste Tagesordnungspunkt Nummer 3 behandelt die Anfragen der Stadträte. Dort beginnen wir als erstes mit der Anfrage von Frau Breitenbaum zu den E-Ladesäulen. Dazu wird Frau Köhler sprechen. Ja, sehr geehrte Stadträte, die Stadträtin Breitenborn fragt Folgendes. Ich würde von mehreren Bürgern der Stadt Zwickau darauf angesprochen, dass die E-Ladesäulen, zum Beispiel Drogerie Rossmann in Pölbitz am Neumarkt sowie am Klobus, immer häufiger dauerhaft durch das Aufladen von Fahrzeugen besetzt sind. Hierdurch kommt zum Ausdruck, dass der Anteil der Elektrofahrzeuge stetig anwächst. Dies ist aus meiner Sicht grundsätzlich positiv zu werden. Allerdings ist es für Zwickau als Stadt der Elektromobilität alles andere als Image fördernd, wenn es an dem ausreichenden Vorhandensein der Ladeinfrastruktur fehlt. In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen. Ist dieser Umstand der Stadtverwaltung bekannt? Zweitens, wann, wo und in welchem Umfang wird die Stadt gegensteuern und weitere Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum schaffen? Ich bitte Sie auch um Verständnis. Wir haben alle Anfragen sehr ausführlich beantwortet und ich fasse es kurz zusammen. Frage 1. Der Umstand ist der Stadtverwaltung bekannt? Frage 2. Wie geht es weiter mit künftigen Kapazitäten? Allein im Auftrag der Stadt Zwickau sind bis 2022 die schrittweise Installation von ca. 104 Ladepunkten Normalladung und 4 Ladepunkten Schnellladung im Stadtgebiet geplant. Das ist öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Derzeit befinden sich diese Maßnahmen in der Ausschreibung. Die Errichtung der nächsten vier Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten ist bis zum zweiten Quartal 2021 auf dem Parkplatz Alter Gasometer, am Beikalcenter, am Westsachsenstadion und an der Lessingstraße vorgesehen. Weitere konkrete sieben Standorte sind derzeit in der abschließenden Standortprüfung. Vielen Dank Frau Köhler. Die nächste Anfrage kommt von Stadträtin Brückner und dort antwortet ebenfalls Frau Köhler. Frau Stadträtin Brückner fragt, wie ist die Situation in der Stadt Zwickau mit der Bewältigung der erhöhten Sterbefälle? Sind die im Bestattungswesen Tätigen von der Stadt Zwickau als systemrelevant eingestuft? Sehr geehrte Frau Stadträtin Brückner, die Abteilung Bestattungs- und Friedhofswesen hat sich an die aktuelle Situation der Erhöhung der Sterbefälle vollkommen angepasst. Die Mitarbeiter im Krematorium arbeiten derzeit in drei Schichten und an den Wochenenden und Feiertagen. Das Personal wurde aufgestockt. Es wird von den Mitarbeitern das Bestmögliche getan, um die Situation zu bewältigen. Die Stadtverwaltung bittet darum, dass in diesem Sinne der Bewältigung einer Ausnahmesituation auch an anderen Stellen mitgewirkt wird. Da betriebsnotwendiges Personal der sächsischen Kommunen als systemrelevant eingestuft wurde, gehört unser Bestattungswesen insgesamt auch dazu. Vielen Dank, Frau Köhler. Die nächste Anfrage kam von Stadtrat Hahn. Im Februar 2020 besuchte der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitsche und Volker Blumentritt Bürgermeister der Jenaer Stadtteils Lobeda Zwickau und sie legten mit ihrer Vorgängerin Pia Finteis Blumen am Gedenkbaum für Enver Simjek nieder. Bei diesem Besuch wurde auch verabredet, dass die beiden Städte in diesem Bereich zusammenarbeiten. Nun hat der Haupt- und Verwaltungsausschuss mehrheitlich entschieden, eine halbe Stelle, die dafür eingerichtet werden sollte, nicht umzusetzen. Im Bereich der Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragten, in denen diese angesiedelt werden sollte, haben die Mitarbeiterinnen viel zu tun. Daher meine Fragen. Kann die Stadt Zwickau ihre Absprachen mit Jenaer nun noch einhalten? Welche Überlegungen gibt es, den begonnenen Prozess fortzusetzen und in guter Qualität abzusichern? Wie bereitet sich Zwickau auf den 10. Jahrestag der Selbstentternung des NSU vor? Dazu die Antwort. Sehr geehrter Herr Stadtrat Hahn, Ihre Fragen möchte ich wie folgt beantworten. Anfang Juli 2020 baten der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Bodo Ramelow, und der Oberbürgermeister der Stadt Jena, Dr. Thomas Nitsche, die damalige Oberbürgermeisterin Zwickaus, Frau Dr. Pia Findeis in einem eindringlichen Brief um ein gemeinsames Agieren in der Aufarbeitung der NSU-Thematik, insbesondere vor dem Hintergrund des zehnjährigen Aufliegens des NSU im kommenden Jahr. In Absprache zwischen der damaligen Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Pia Findeis, und der Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragten, Frau Ulrike Lehmann, wurde daraufhin für den Bereich der Beauftragten die Bildung einer halben Stelle zur Bearbeitung der NSU-Thematik einerseits, besonders aber für eine Inhaltung 2020-2022 beantragt. Inhaltlich sollte es dabei im kommenden Jahr um eine gemeinsame Aufarbeitung mit der Stadt Jena und dem Land Thüringen im Rahmen der zehnjährigen Selbstentarnung des NSU gehen. Erste Gespräche dazu fanden bereits über die Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragte statt. Eine Grobkonzeption Jenas liegt vor. Mit der Ablehnung zur Neubildung der 0,5 VBE als Minimum für diese Inhalte im Bereich der Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragten können weder durch die Beauftragte selbst noch durch ihre Mitarbeiterinnen diese Aufgaben bedarfsgerecht erfüllt werden. Es gibt auch keine andere Stelle innerhalb unserer Verwaltung, die diese Demokratiearbeit entsprechend des Aufgabenprofils von der Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragten mitbearbeitet. Aufgrund des tatsächlichen Aufgabenumfangs und der Aufgabenvielfalt bei der Beauftragten selbst und ihren Mitarbeiterinnen ist dies jedoch ohne zusätzliche Stellenanteile nicht realisierbar. Es wird ein Treffen mit dem Jena Oberbürgermeister im Januar geben, bei dem es dazu auch eine Abstimmung geben wird. Inwieweit im kommenden Jahr von der Stadt Zwickau ein Bearbeiten des Themas 10 Jahre Selbstentarnung des NSU erfolgen kann, muss geklärt werden. Die Stadt Zwickau wird dabei auf andere Organisationen zugehen, um zusammenzuarbeiten. Im Interesse der gesellschaftlichen und demokratischen Zusammenhalts in der Stadt sollte die Ablehnung zur Stellenbildung von 0,5 VBE überdacht werden, wenn der Aufarbeitungs- und Weiterführungsprozess selbst gesteuert, beeinflusst und gelenkt werden sollte. Dabei geht es nicht nur vordergründig um die NSU-Thematik, sondern um die Steuerung demokratischer Prozesse in unserer Stadt. Die Anfrage wird schriftlich die Beantwortung nachgereicht. Die nächste Anfrage kommt von Stadtrat Georgi und die Beantwortung übernimmt auch die Bürgermeisterin Frau Köhler. Sehr geehrte Stadträte, Ihr Kollege Herr Stadtrat Georgi hat folgende Frage an uns gerichtet. Aufgrund des langjährigen katastrophalen Gesamtzustandes der Gehwege im gesamten Gebiet Zwickau, zum Beispiel in Marienthal der Weg zur Rudolf-Weiß-Schule, der Eschenweg oder in Pölbitz der Weg zur Dittes-Schule, die Franz-Mehring-Straße gegenüber der AOK. Eingereichte Bilder sind von der Rudolf-Breitscheid-Straße, Höhe-Maler-Palette. Hierzu stellt Herr Georgi folgende Fragen. Nach welchen Kriterien der Forschungsgesellschaft für Straßenbau und Verkehrswesen sind die Gehwege beziehungsweise Auflistung der einzelnen Gehwege nach Straßennamen und Zustandsklassen? Welche Gehwege nach Straßennamen beabsichtigt die Stadtverwaltung Zwickau in den kommenden Jahren 2021 bis 2024 zu sanieren? Herr Georgi bittet um Auflistung der tatsächlichen Pläne, die durch Haushaltsmittel unterlegt sind und nicht um die Wunschliste. Ja, Herr Georgi, bitte ich auch Sie nochmal um Verständnis, dass ich die sehr lange Beantwortung zusammenfasse. Im ersten Teil haben wir Ihnen zusammengestellt, nach welchen Kriterien wir die Gehwege bewerten. Wir richten uns auch hier, wie Sie das aufgeschrieben haben, nach der von der Forschungsgesellschaft für Straßenbau und Verkehrswesen aufgestellten Kriterien. Die Prioritätenlisten, die wir erstellt haben, wurden im Juni 2020 im Bauausschuss und im Finanzausschuss ausgereicht. Da Sie in den Fachausschüssen nicht Mitglied sind, werde ich Ihnen diese per Mail noch zusenden. Und jetzt geht es um, möchte ich im zweiten Teil komprimiert eingehen, was wir konkret vorhaben. In den kommenden Jahren ist eine Instandsetzung bzw. Erneuerung folgender Gehwege geplant. Instandsetzung von Gehwegabschnitten in der Dürer Straße, Erneuerung Gehweg Gutenbergstraße zwischen Julius-Seifert-Straße und Anton-Straße, Erneuerung von Gehwegabschnitten Franz-Mehring-Straße zwischen Schlachthofstraße und Kurt-Eisner-Straße, Instandsetzung von Gehwegabschnitten der Christian-Straße, Ergänzung des Gehwegs zwischen Königswalder Straße und Rappendorfstraße, Instandsetzung des Gehwegs an der Reichenbacher Straße im Bereich Weck und Pollau. Folgende selbstständige Geh- und Radwege sollen künftig erneuert werden. Erneuerung und Ausbau des Geh- und Radwegs Erntestraße, Vorbehaltlichter Bewilligung von Fördermitteln, Erneuerung Geh- und Radweg-Fuchskraben, Auch diese Maßnahme steht unter dem Vorbehalt von Fördermitteln. Ebenso wie die kommenden zwei Maßnahmen, die ich jetzt nenne, Herstellung Geh- und Radweg zwischen Olsmannstraße und Hoferstraße, sowie Herstellung Geh- und Radweg entlang der Stadtbahnstrecke. Im letzten Teil der Anfragebeantwortung ist dann noch der Fall aufgeführt, wenn wir mit anderen Medienträgern zusammen Maßnahmen durchführen. Auch hierauf sind wir noch eingegangen, welche Maßnahmen hier umgesetzt werden. Und konkret der angesprochene Geh- und Radweg vor der Rudolf-Weiß-Schule wurde in diesem Jahr mit Fördermitteln grundhaft erneuert und im September wieder freigegeben. Vielen Dank, Frau Köhle. Die nächste Anfrage kommt ebenfalls von Stadtrat Georgi, beantwortet von Herrn Lasch. Herr Stadtrat Georgi hat festgestellt, dass es in Zwickau wieder vermehrt zu strafrechtlichen Graffiti-Schmierereien komme, zum Beispiel im Bereich T-Haus am Schlosspark, an neu instand gesetzten Straßenbahnhaltestellen, an den Arkaden, am Hauptmarkt, sowie im kompletten Innenstadtbereich und an weiteren Gebäuden und Flächen. Er hat dazu Bilder zur Verfügung gestellt. Die Tags der Graffitis sind an Handschrift und Symbolen zu vergleichen. Darunter befindet sich Red Chaos, UDR bzw. die Antifa. Herr Georgi fragt erstens, welche Behörde ist zuständig, um solche Straftaten entgegenzuwirken? Zweitens, inwieweit und in welcher Summe belasten diese Beschädigungen den Haushaltsplan der Stadt Zwickau? Sehr geehrter Herr Georgi, zuerstens, sowohl das Ordnungsamt als auch das Polizeirevier ist zuständig für die Bekämpfung von Graffiti. Der zu Recht kritisierte Zustand hinsichtlich illegaler Graffiti ist sowohl im Ordnungsamt als auch in der Polizeidirektion Zwickau bekannt. Leider kann dieser Form der Sachbeschädigung nur bedingt Einhalt geboten werden. Zu zweitens, für die Beseitigung illegaler Graffiti fallen im städtischen Haushalt jährlich Sachkosten in Höhe von mindestens 10.000 Euro an. Die Beseitigung erfolgt in der Regel durch städtische Mitarbeiter des Bauhofs oder Garten- und Friedhofamtes im Rahmen der üblichen Wartungs- und Pflegearbeiten. Der zeitliche Aufwand wird nicht separat erfasst. Vielen Dank, Herr Lasch. Gibt es jetzt noch weitere Anfragen, Dr. Elsel? Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, Frau Köhler, Herr Lasch, meine Damen und Herren Stadträte. Ich habe folgende Anfrage. Für den 27. Dezember ist die Schlüsselübergabe für das Gewandhaus geplant. Das sind zumindest die Informationen, die uns vorliegen. Ist von Seiten der Stadtverwaltung vorgesehen, dass Einladungen an die Fraktionen ergehen? Dankeschön. Nein, die Frage kann ich gleich beantworten. Es wird eine recht formlose Übergabe sozusagen der Baustelle beziehungsweise des fertigen Gewandhauses geben. Das ist ein formaler Akt, der nicht zelebriert wird, entsprechend der jetzigen Situation. Es wird eine feierliche Einweihung geben, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann werden auch alle, die eingeladen, die man dort für wichtig empfindet. Und natürlich auch die Fraktionen. Jetzt am 27. ist es, glaube ich, sind vier, fünf Leute. Es ist wirklich nichts geplant, was jetzt ein großer feierlicher Akt ist. Dann beende ich diesen Teil, komme zum Tagesordnungspunkt 4. Das sind die Beschlussvorlagen zur Sachentscheidung. Das wäre der Punkt 4.1, die Umsetzung des Konzepts Gründerzeit, Zwickau, der Weg zum regionalen und individuellen Gründerökosystem. Als Kommune haben wir die Aufgabe, die wirtschaftliche Stärke von morgen sicherzustellen. Dabei besteht vor allem für Zwickau die Herausforderung, neue Unternehmen und Branchen für unsere Stadt zu gewinnen und junge Unternehmen dafür zu begeistern, ihr Unternehmen mit unserer Unterstützung in Zwickau aufzubauen. In der Vergangenheit gab es am 24.10.2019 einen Stadtratsbeschluss, der das Büro für Wirtschaftsförderung beauftragt hat, Planungen zur Realisierung eines Start-up-Centers zu priorisieren und selbst ein Konzept zur konkreten Umsetzung zu erarbeiten. Die erste Vorstellung dieses Konzepts fand im Wirtschafts-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses in der Sitzung vom 10. Juni 2020 statt, um erstmal den Ausschuss über das Grundkonzept zu informieren und sich das Einverständnis für das weitere Vorgehen zu holen. Es war eine insgesamt positive Entwicklung und das abschließende Konzept, die jetzt vorliegende Beschlussvorlage, wurde im Finanzausschuss am 3. November vorberaten beziehungsweise in die zweite Lesung gegeben. Der Wirtschaft-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss hat am 4. November mehrheitlich dem zugestimmt und dann auch der Finanzausschuss am 8.12. hat mehrheitlich zugestimmt. Wichtig ist bei diesem Konzept, dass wir ein sichtbares, lebendiges Gründer-Ökosystem verankern, um die Gründungsbereitschaft in und um Zwickau langfristig zu erhöhen, optimale Voraussetzungen zu schaffen, um Gründungen jeder Art zu fördern. Es gibt dabei drei Unterziele, Talente und Gründergruppen aktivieren, Netzwerk schaffen und stärken, Standortattraktivität aktiv gestalten und die Marktorientierung stärken. Die Gründerzeit Zwickau fungiert dabei als Dachmarke, unter der alle vorhandenen Aktivitäten der Gründungspartner vor Ort sichtbar gebündelt und ausgebaut und weiterentwickelt werden soll. Für die Sichtbarkeit und einen festen Punkt im öffentlichen Raum zu haben, ist ein Start-up-Center geplant, das auch beschrieben wird. Und es gibt hierzu auch Vorschläge, wo das möglicherweise in der Stadt Zwickau verankert werden soll. Dabei ist natürlich wichtig, dass man eine Nähe zu Zielgruppen hat und dieses Gründerzeitzentrum soll quasi als Anlaufstelle für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, etwas neu zu gründen, herhalten. Was besonders positiv zu erwähnen ist, dass die Wirtschaftsförderung mit dem Konzept, was sie hier erarbeitet hat, sich bei einem Wettbewerb beworben hat, dem Modellprojekt Best Practice Gründerökosystem in den neuen Bundesländern und dort bei 70 Bewerbern zu den zwölf Einreichern gehört, die auch Fördermittel erhalten dafür. Und das sind für die nächsten drei Jahre 260.000 Euro. Das ist also wirklich auch für uns als Stadt eine sehr willkommene Unterstützung. In der Diskussion ergab sich dann noch mal für den Beslusstext eine Ergänzung. Und wenn das jetzt so gesehen wird, würde ich die Beschlussempfehlung kurz vortragen. Die Umsetzung des Konzepts Gründerzeit Zwickau, der Weg zum regionalen und individuellen Gründerökosystem, hat folgende Beschlussfassung. Der Stadtrat bekennt sich zur umfassenden Unterstützung des Zwickauer Gründerökosystems. Grundlage dafür bildet das Konzept Gründerzeit Zwickau, der Weg zum regionalen und individuellen Gründerökosystem, welches vom Büro für Wirtschaftsförderung ausgearbeitet und dem Beschluss beigefügt ist. Zweitens, das Büro für Wirtschaftsförderung wird beauftragt, die im Konzept beschriebenen Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Hinsichtlich der im Konzept fokussierten Anmietung der Villa Falk werden weitere kommunale sowie private Objekte geprüft und vor Abschluss eines Mietvertrages dem Finanzausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei der Umsetzung des Konzepts darf es zu keinem Stellenaufwuchs im Rahmen des Stellenplans der Stadt kommen. Drittens, die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2021-22 sowie vorbehaltlich der Gewährung der beantragten Fördermittel für die Umsetzung des Konzepts für die Haushaltsjahre 2021-22 sind dementsprechend städtische Eigenmittel in Höhe von 65.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Achso, wollten wir noch diskutieren? Dann ziehe ich die Abstimmung zurück und frage, möchte dazu. Dann bitte ich Dr. Elsel. Entschuldigung. Ich wollte es schnell machen. Ich habe es versucht. Sehr verehrte Frau Bürgermeisterin, Frau Köhler-Halasch, meine Damen und Herren Stadtrede, die AfD-Fraktion hat im vorberatenden Finanzausschuss sich gegen dieses Konzept entschieden. Und das möchte ich auch begründen. Das liegt sicherlich am allerwenigsten an diesem rechtssperrigen Namen. Da kann man ja noch drüber hinwegsehen. Aber wir erleben hier wieder eine Endlosschleife, wie wir sie immer erleben. In Aussicht gestellte Fördermittel dienen als Dosenöffner, um dann Projekte zu implementieren, die hinten raus für die Stadt ökonomisch-finanzmäßig eine Belastung werden können. Es ist sicher richtig, dass durch die Förderung, wenn sie denn gewährt wird, die allerdings nur von 21 bis 22 läuft, im Moment beim Start des Projektes wenig Kosten auf die Stadt zukommen. Die hier genannten 65.000 Euro sind sicherlich zu stemmen. Aber ich gebe zu bedenken, 22 läuft diese Förderung aus, wenn sie denn überhaupt kommt. Haupt-Finanz-Problem-Posten werden wieder sein, die Miete, ob nun Villa Falk oder irgendein anderes Gebäude. Was da kommt, wir lesen jetzt im Konzept, dass also mit 50.000 Euro Miete im Jahr gerechnet wird für das momentan vorliegende Projekt. Und hier im Konzept sind zwei bis drei Stellen neu konzipiert. Wir haben jetzt gerade im Beschluss gehört, das sollte an dem nicht so sein. Wir sehen das trotzdem sehr kritisch, denn auch diese Posten für neue Stellen werden ein Hauptkostenträger sein. Wenn man in die Kostenschätzung geht, und die Mühe habe ich mir gemacht, das mal durchzulesen, das sind hier interessante Aufwächse an zustämmenden Summen, die gehen mit 75.000 Euro 2021 los und betragen sage und schreibe im Jahr 2024 501.000 Euro. Das kann das Konzept nie und nimmer selber einspielen. Dieses Geld wird an der Kommune hängen bleiben. Wir sind der Meinung, hier ist Aufwand und Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis. Wir sehen hier kein Benefit für die Stadt Zwickau und werden dieses Konzept ablehnen. Dankeschön.